Spannend, ihr schaut bestimmt nur zu und genießt es Oder kocht sich irgendwas leckeres zum essen Stepo, Servus Gresti, schön dass du da bist hier Um 0.19 Uhr erscheinst du Geile Sache, ich hoffe dir geht's gut Ich bin hier am Racing Wieder eine weite Fahrt nach Hause Wie geht's eigentlich deinem Reiskocher, Spannend? Schatz, wenn du das siehst, bringen wir mal Chips Ich will auch Chips Schatz von Stegel, wenn du das siehst, bringen wir auch Chips Am besten Pringles, die originalen Die sind lecker Schon hier voll die Bestellung aufgeben Also wenn das hier zum Last uns spannend, die Menschen, Autofahren mutiert, bin ich lieber weg, kenne die beste Wege meine Stimme zu zerstören, das schöne Dinge, mich äh, auslassen Ah ja, mutiert's nicht, Spannend Ich hab ja gerade gefragt, wie es deinem Reiskocher eigentlich geht, du hast es damals gekauft und warst sehr begeistert Also alles gut Wir sind schon wieder von der Schiene runter Stegel, mein Schatz Mach nur gerade Pause, fahre selber gleich weiter Ah, okay Keine Angst, Spannend, dazu mutiert's nicht, dafür mag ich dich zu sehr Gags, wenn du das siehst, gib mir den Kinderriegel Okay, äh, ich sag dann Gags Bescheid hier Ich bin immer gespannt, was für leckere Sachen du kochst, Spannend, du hast immer so so genau detailliert beschrieben Oh, deswegen hab ich mal direkt gefragt hier Um wieder einen normalen Verlauf der Diskussion mit reinzubringen, weißt du In Kinderriegel ist Kindermilch Näää Ich warte immer nur auf die Chips So Hast du keinen anderen Auto-Wunsch hier? Dara Inokio, schauen wir mal Ja Inokio Jo, jo, jo Hey, Tricky Jew, grüß dich Hello, my friend Kiefer Golf Ja Mal schauen wir mal kurz Jo Hör mal lieber auf, spannen sich zu ärgern Wir haben es so übertrieben und ich auch Deswegen Tu mal normalens wieder unterhalten hier Über ihn Ärgern wir nicht unbedingt Deswegen Möchte ich ja gerne wissen, wie es deiner Reißmaschine geht Was du noch die leckeres gemacht hast Du hast immer so leckeres Sachen gekocht Zwei ist nicht immer was für mich, aber Du bereitest immer schön leckeres Essen vor Ja, Golf haben wir so viele schon Warte mal Käfer sind wir noch gar nicht gefahren Habe ich jetzt einen hier? Habe ich jetzt einen hier? Hey, wie läuft's denn so? Was kann ich für dich tun? Ich müsste schon einen Käfer haben DTVW Kauf mal ein Klassiker Achso, wir hatten eben einen 1957er Das letzte Auto war ein 1957er Jetzt haben wir dann ein 1963er Also Ich glaube Mehr Klassik geht kaum Oder wie meinst du? Schauen wir mal, was es hier für Tunings gibt von unseren Freunden Nicht genau auf X Das ist verrückt Was soll man denn D Machen wir auf B oder A höchstens Schauen wir mal Hat der Hat der Typ auch was dafür gemacht? Nee Gags, er muss gelb sein Achso, er ist ja schon in der Garage gestanden Ist ja eigentlich original hier Ah, naja, A ist ja noch okay Kann man hier driften Was man wie bei Crew nicht kann? Ja, bestimmt nur ich kann das nicht Wie gesagt, driften das kann ich überhaupt nicht Da habe ich gar keinen Plan von Aber Es gibt einige Drift Events Doch den alten Jeep von 45 Können wir da nachfahren Ist kein Problem Machen wir eins nach dem anderen Schauen wir mal, ob wir überhaupt ein Event für den offen haben Unser Champion hat eine Ansage gemacht Wir fahren nach San Martin Alles klar Unser Champion hat eine Ansage gemacht Wir fahren nach San Giovanni Ersten Beatle hier So haben wir noch gar nicht gefallen Den haben wir glaube ich gewonnen sogar Oder haben wir den gefunden? Keine Ahnung In der Nacht sieht er schon gelb aus Die letzten Rennen dieser Meisterschaft waren einfach brillant Die nächste Etappe dieser Autotour führt uns nach San Giovanni Seinen Magen musste hart arbeiten Nicht darum erster zu werden Genießt einfach die Fahrt Können wir den Topf rufen aus? In 400 Metern nach links abbiegen Nach links abbiegen In 400 Metern nach links abbiegen Und eine kom выйtsappelle Oh ja! Okay, passt. Wow, ist das irgendein Laut, weg mir im Arsch hier ey. Hat das Känguru, oh Gott, habe ich nie gegessen hier, ja so eine Flasche der Kehle rumpelt schon, achso ja gut, die Mischung macht's, die Mischung macht's, wa? Wow, 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 wow. That's a really good Porsche, could you think it's a Porsche? Maybe? im kreisverkehr die zweite ausfahrt nehmen zweite ausfahrt ist gerade aus oder nicht das stimmt ja Tim hat ja auch mal nach dir gefragt hier ihr zwei habt ihr immer super gechattet und euch unterhalten das war mal sehr cool Tim und Spanty hat viel Spaß gemacht zu lesen obwohl ich dann gar nicht hinterherkomme rechts abbiegen ja genau sind wir noch nie gefahren, wurde es sich schon öfters gewünscht hier was ist das korrekt? in germany ist es porsche in englisch ist es porsche, aber es ist porsche porsche im kreisverkehr die zweite ausfahrt nehmen ja wie ich sie alle stehen lasse oder mit dem Teil hier wie ich sie alle stehen lasse mit dem Teil jae 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 f kissed du enthalten also bei beiden porschbe ihr habt links abbiegen nach links Können wir machen, Dompet. Können wir machen. Okay, das ist die Cult Classics Meisterschaft. Wähle ein Rennen aus, dann geht's los. Kult Classics, nice. Eigentlich mal Meisterschaften, die wir noch nie gefahren sind. In 200 Metern nach rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Ja, ich hab ja schon gemein spannend. Sorry, ich wollte nicht übertreiben. Die anderen sind mitgesprungen auf den Zug. Aber wir zwei können es ja abnehmen, wir haben ja Spaß gehabt schon. Nur ist das vielleicht falsch verstanden von mir. Jetzt hast du mir ja immer noch nicht gesagt, wie es deinem Reiskocher geht und was du noch damit Leckeres gemacht hast, wo ich schon so oft gefragt hab, spannend. Lass mich doch da nicht so hängen hier. Und hast du denn nochmal Chili gemacht, das Leckere vom letzten Mal? Ich weiß noch genau, als ich Metro gespielt hab, hast du mir von deinem... Ne, das war bei Selasto was, oder? Weiß ich gar nicht. Bei einer von beiden hast du mir über Chili... Hast du über dein Chili geschwärmt? Da, wo ich so Hunger hatte. Mit dem Beatle hier. Voll Beatle Action hier. Boah, wie das, wie das... Dein